so was haben wir denn hier gibt es auch ein paar ähm Kokosnüsse die nehme ich natürlich gerne mit hier drüben soll das eigentlich nichts mehr geben das haben wir alles ah Bananen noch mehr Bananen Hallo tschüss da müssen wir noch rein natürlich haben wir aber jetzt noch nicht die Gelegenheit so da ist dazu leider noch was fehlt nämlich die Blaupause so hoch da hier ist Münzen ich hoffe der blöde Vogel wäre jetzt nichts weil wir schon so gedenkt wären dahin so von wegen hey gibts doch was der will was von dir Peller Vogel ist nervig gewesen extrem nervig aber am Ende haben wir es geschafft nach 30 Millionen Versuche ich brauche mir irgendwie sehr sehr viele Versuche kann das sein ist halt aufhören zu spielen es frustriert mich alles zu sehr mehr von dem Kokosnüssen der Vorrat ist wieder aufgeladen das ist gut gibt es hier vielleicht noch drinnen Bananen nö aber Münzen Münzen finde ich auch okay jup einmal mitgenommen Luftballon gibt es hier keinen nein schade wäre auch zu einfach dann hätten wir nämlich schon 65 20 Bananen noch 20 Bananen nur noch das ist nicht mehr viel aber ah hallo tschüss aber ah ok 10 nur noch hier gibt es noch welche 5 Bananas nur noch gleich geschafft gleich geschafft Freunde jetzt wird die Frage wo ist die Blaupause denn noch ähm wo will ich denn jetzt als erstes rein bei dir da hinten gibt es nichts mehr oder nope da rein oder da kommen wir da überhaupt rein ja natürlich natürlich in der Schatzkammer in der Schatzkammer gibt es natürlich noch ähm was für ihn zu holen ist doch klar hier ist das der Öffner für Chunky äh für Lanky Musik einmal aufgeladen ist auch ganz gut gibt es hier keinen Schalterfilm ok du kommst hier nicht rein kommst hier nicht rein das heißt da drin gibt es kein hä da gibt es die Blaupause nicht wo gibt es die Blaupause ich glaube nicht dass die da drin ist das heißt es muss sich noch irgendwo einen geheimen Weg geben oder wie verstehe ich das oder auf irgendeinem Dach aber er kommt ja nicht auf Dächer kann ja nicht fliegen der Arme kommen wo gibt es hier die Blaupause für Chunky die ähm Kamera nein Kamera oh da ist die Monstrum dankespiel fürs verarschen ähm oh hier oben war die Dächer ähm stell mich mal so hin sollte hoffentlich klappen ja sehr gut ok Banane Nummer 4 ah wo ist die Blaupause ich guck gleich mal nach weil eigentlich haben wir keinen Ort mehr offen schnack 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 zwei Wege jeder führt uns Glück schnack ach 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 kriegen wir die denn kaputt ach so wahrscheinlich so steh ich zu weit weg steh ich zu weit weg hallo ah ok so macht alles einen Sinn ich den jetzt versuche da zu treffen klappt das ja sehr gut eine Münze ich hatte gerade ein bisschen Angst dass mich hier irgendwas von der Seite angreift was traue ich diesem verdammten Spiel oh Banane unsere letzten und natürlich 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 komm her man langsam finde ich es nicht mehr lustig meine freundliche Ballon hier geht doch ok ok easy ok 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 ich nehme sie jetzt einfach mal mit weil sie da sind komm schon zeig dich ich hab genau gesehen dass du da bist hallo nein 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 freundliches rumballern ok noch eine Münze und ein weiterer Weg zum öffnen und ein weiterer Weg zum öffnen aber da geht es nicht weiter Sport oh ah hallöchen du bist tatsächlich hier drin das hätte ich ja nicht erwartet danke dass sie uns beehren so hallo stehe ich stehe ich echt zu dicht ich stehe zu dicht an der Steinkante jetzt öffnet sich ein Weg wahrscheinlich dahinten ah ich verstehe das Prinzip dieses diese Schatzkammer das wurde nochmal extra gut bewacht hier ja nicht mit mir man was hat denn hier Sport gemacht ähm hallo du Penner ist ok ich lass dich in Ruhe ich will einfach nur meine Banane ach natürlich wer hat denn hier Sport gemacht das war der das war der Typ mit der Blaupause Kremlin Crash ich treffe so viele Kremlings wie möglich drücke A um belohnt zu fahren ja ist ok reload sollte eigentlich machbar sein ja ja spannend drück einfach nur wahllos irgendwo hin geschafft komm schon danke das war einfach nur wild ja einfach nur wildlos irgendwo hin geballert nicht willlos war allos und damit haben wir ja ja ist ok spannend alles cool wir sind doch Freunde das war ein langer Weg möchte ich mal sagen aber eigentlich machbar hoffentlich spann dich Hilfe 18, 17, 16 ja easy hui easy going ok dann haben wir jetzt nur noch aua nur noch die Pflicht unsere Blaupause abzu- aua unsere Blaupause abzugeben und dann haben wir tatsächlich alle Bananen hier in der Welt erobert aua komm schon spring mein Freund hallo das nehme ich einmal gerne mit nur vorsichtshalber und daaaann ok dann nicht tschüss Banane Nummer 5 für Lanky Kong mit mal wieder einer sehr coolen Animation die ich auch sehr toll finde und alles aber auch da geht das echt so auf den Sack oh Banane Banane Nummer 86 Blaupause sieht auf jeden Fall gut aus wir haben fast die Hälfte voll in der nächsten Welt dann hallo tschüss haha ich wechsle jetzt einmal den Kong denn wir brauchen immer noch die Bananenfähen hier und die gibt es glaube ich dort hinten wenn ich mich nicht irre oder da da oder da ne quatsch die muss es ja aua die muss es ja da hinten geben auch wenn ich nicht mal weiß wie man da reingekommen ist konnte Donkey da ach Donkey konnte Donkey war derjenige welcher da rein kann sehr gut auf zu den letzten Bananenfähen Freunde die letzten die uns in dieser Welt noch fehlen schon die Frage wo die waren hier definitiv nicht man hört sie ja schon von weit und das ist das gute da auch nicht ich glaube die waren irgendwo da oben ich möchte nichts versprechen woher um hier auch nicht also doch dann hier unten vielleicht ja m war das nach unten ok da ist die bananenfee yes sehr schön und damit einmal einmal alles aufgefüllt aber es fehlt trotzdem noch eine Bananenfee aber dadurch dass da unten noch dieser Weg ist für Tiny durch den wir glaube ich noch nicht gegangen sind habe ich die Vermutung dass das Ding da unten drin ist ich hoffe es gab es hier oben Wechselfass bitte ja danke ok ich glaube wir waren da unten noch nicht drin mit Tiny ich kann mich zumindest nicht daran erinnern selbst wenn reingucken schadet nichts sonst muss ich mein schlaues Buch mal wieder befragen wo es hier denn die letzte Bananenfee gibt so rein da doch hier waren wir schon drin oder? doch hier waren wir drin ja ja hier waren wir drin äh Freunde wo gibt es hier die letzte Bananenfee? das mit der Musik war jetzt nicht so gewollt ich wollte nur mal gucken wo es da jetzt hier die letzte Bananenfee gibt ähm ich gucke mal weil ich jetzt nicht hier großartig rumsuchen will das wäre ein bisschen frustrierend glaube ich wir gucken mal ähm nam 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 Bananenfee athletisch ist die Frau das muss man sagen ähm wir haben ich muss erstmal genau klarkommen wo die hier sind ja entspann dich Mädchen lassen wir sie spielen lassen wir sie einfach spielen Kinder müssen auch mal spielen können ähm Moment wir finden gleich den Weg Bananenfee Nummer 1 ist im Lama Tempel da sind oh okay ich ähm weiß wo sie ist sie ist tatsächlich in King K. Rool's Schatzkammer in Tiny's Abteilung hab ich total vergessen muss ich ganz ehrlich sagen aber wir werden doch da sicherlich wieder rausgefeuert einfach so denn wir müssen doch gleich wieder abknallen wie so ein kranker Irrer aber gut was getan werden muss muss getan werden da ist der da ist die Schatzkammer und da gibt es dann das letzte was wir hier drinnen tun müssen danach haben wir nur noch eine Sache zu tun und das mache ich sicherlich nicht mehr heute ich will mich heute nicht noch mehr frustrieren aber das machen wir dann ich glaube die beiden Spiele machen wir wirklich irgendwann anders so einmal so sehr schön aber wir gehen noch schnell rein dann in die zumindest in die Eingangshalle der nächsten Welt denn die Szene was beim nächsten Mal passiert das seht ihr beim nächsten Mal ah da müssen wir rein ihr hört es vielleicht schon einmal hier klein gemacht und dann können wir dorthin ein Freunde uns die letzte Bananenfee holen nachdem wir ein Lied spielen das war glaube ich nicht nötig ah komm her wir haben wir haben Papier dass wir nicht einfach stehen bleiben können nein das war schlecht ich habe nur 16 Filme es wäre schön wenn wir einfach stehen bleiben stehen bleiben hallo nein das war auch falsch ah so knapp jetzt bleib stehen komm schon bleib stehen man das war schön danke fürs mitkommen einmal auffüllen wieder und dann haben wir es geschafft dann haben wir alle Bananenfee aus Welt 1, 2 und 3 ja danke für keine Geräusche sehr schön zog einfach auf speichern und Level verlassen gut wie gesagt wir gehen jetzt noch in die nächste Welt beziehungsweise in die Eingangshalle die würde ich euch noch gerne zeigen und dann beenden wir mal wieder die Folge die Aufnahme wie auch immer ihr es sehen möchtet wie auch immer ihr es sehen möchtet da können wir jetzt super hinfliegen und uns vorher wehtun so der Weg ist weit schon Tiny macht kleine Schritte das macht es umso schöner aber ihr seht schon den Eingang man kann eine Tiny jetzt super weite Strecken überbrücken dadurch dass sie fliegen können dann geht das schon einigermaßen so da ist es nur noch tauchen und dann rein da sehr schön beim nächsten Mal dann wie gesagt werden wir uns dieser Welt hier annehmen und da sehen wir schon was ist das denn die Windschalter weiter aha gibt es hier denn ein Kong Wechselfass hallo mein Freund mach schon zeig mir die Banale und wir haben es wir haben so 2-3 mehr würde ich sagen aha hier gibt es noch was für Tiny was ist denn los hier aua da bin ich einfach mal auf den Kopf gesprungen fand ich gut hat er verdient lass mich rein da man komm schon so jetzt aber äh Chunky du musst hier so 2 Sachen erledigen hab ich gehört zum Beispiel den Kerner verpügeln Blaupause und hier gibt es noch einen Schalter wer für dich hallo hä steht alles Chunky drauf das ist Chunky man ok ich denke mal der wird das Gitter da unten öffnen na gut dann äh halt nicht dann werden wir uns halt beim nächsten Mal wiedersehen hier in der Welt beziehungsweise im Raum vor der Welt und damit treten wir unsere nächste Welt die vierte Welt und da wird es dann voll mit Wasser sein ich bedanke mich für das Zuschauer Leute es war wieder eine erfolgreiche Aufnahme finde ich wir haben gut was geschafft wir haben den Boss geschafft wir haben einmal Donkey Konger Kart besiegt haben damit alle Bananen und auch sonst haben wir Welt 1 und 2 jetzt vollständig und komplett beim nächsten Mal dann Welt Nummer 4 ich kann euch schon mal den Namen verraten wenn ihr das möchtet wir gucken mal das ist der Aqua Albtraum schöner Titel auf jeden Fall und ich weiß dass es wirklich nicht schön wird was er ist nicht schön im Spiel nein nein niemals aber gut wir werden sehen was da rauskommt beim nächsten Mal dann bei Donkey Kong 64 Dankeschön habt eine schöne Woche schönen Tag wie auch immer habt eine schöne Zeit und lasst einen Daumen nach oben da wenn es euch gefällt auch gerne Abo falls ihr es noch nicht getan habt dadurch verpasst ihr nichts mehr von den Projekten auf dem Kanal und unterstützt meinen Kanal vielen vielen Dank wir sehen uns beim nächsten Mal mit Donkey Junkie und all den anderen Affen bis dahin Leute auf Wiedersehen Ciao Bis zum nächsten Mal